Musik Bitterer Nuss von Florian Silbereisen Wie nun enthüllt wurde, stehen in und in der SP Schlagerstar schwere Zeiten bevor? Oje! Armer Florian Silbereisen! Vor einigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass der Ex von Helene Fischer Ende des Jahres als neuer Traumschiff Kapit und Ong, N und Ung, Bär die Weltmeere schippern wird. Eigentlich ein Grund zur Freude? Obwohl Florian Silbereisen ein echter Medienliebling ist, musste er nach seiner Traumschiffbekanntgabe eine Klatsche nach der anderen verkraften. So wurde er immer wieder angefeindet, dass er als Kapit und Ong, N keine gute Figur abgeben wie und Ung, Bär die Weltmeere schippern. Doch damit nicht genug. Wie Ex Traumschiff K und Ong, Bten und NBSP, Sascha Hähn nun berichtet, kommen auf Florian schwere Zeiten zu. Doch warum? Wie Sascha Hähn nun erbte und Ong, RT, sollte Florian bei den Traumschiffdreharbeiten gut auf sich aufpassen? Hat er ihm schon etwas geraten? Das stand ja vor kurzem und Ung, Bär all. Da und Ung, Bär hinaus habe ich keinen Rat mehr. In solchen Situationen bin selbst ich ratlos. Der Hintergrund, Hähn appellierte gegen und Ung, Bär Gala an Florian, lass dich nicht verbraten, da. Musst du aufpassen. Ob Florian dieser Rolle gewachsen ist? Werde er und Ung, gehen ihm auf alle F und Ong, Läd die Daumen, traurige Bilder von Florian Silbereisen. Wie geht es dem Schlagerstar wirklich? Und NBSP. Wie geht es dem Schlager? Wie geht es dem Schlager?